Hausmann Muster in der Konflikt Okay Geben wir mal hier lang da geht Okay da geht es weiter äh Ja das hat jetzt auch vorgebracht Hä? Okay Scheißer, egal Ah irgendjemand muss den Raum doch haben Da geht es wahrscheinlich nicht Doch geht's Okay ok mein monster wo man das nicht so lange dauert so ist auch toll dieses feature da geht es nach oben war das mein ziel wollte ich da hin nein da wollte ich nicht hin hier sind die monster zwar alle wieder am leben aber egal hier könnte man gut läppeln fällt mir gerade so ein wo geht hier noch weiter nach unten naja wohl auch sonst ok hier geht es nicht weiter ah ja 3 tun äh was ist kaputt zauberketsch was hab ich getroppt zauberketsch ich hab mich überhaupt verpasst äh tasche was hab ich getroppt so zaubertank fülle der mp auf yeah endlich haben wir mal sowas gefunden ach du scheiße ok egal wir halten zu viel aus jetzt was ist das denn für dinger ok wer sind das auch zu spät fuck ok 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 jetzt alles auf halbtskern sondern auch dort dann werden kundel ok gibt's glaub ich nix mehr dann gehen wir mal hier lang Jöi war noch und Prozent live das heißt es kommt ein Boss oder was na jetzt auf der anderen Seite von da wo nicht weiterkommen das ergibt keinen Sinn wozu ist der Topf da und warum sind hier lebensaufricht Teile ich kapier's nicht lass mich raten da geht's weiter um da raufzukommen nein wie kommt man denn da hier rauf die Gegner sind wieder am Leben Moment mal wie komm ich denn da jetzt rein ach so okay ah da geht's nach oben okay dann suche ich mal nach oben dann suche ich mal oben noch was scheiße ich möchte meinst du zuerst erlegen fuck scheiß drauf oh Dreck Non-Fight Dreck Non-Fight so jetzt geht's weiter okay suchen wir mal oben alles ab nein soll das genau da sein fuck da ist aber nix fuck ich Idiot scheiß drauf so da geht's nach oben ach so da waren wir schon ich weiß nicht okay egal so hier lang auch nieder 9 nicht mehr zurück außer diesen einen Weg Eure Schulte kommt nicht mehr zurück den da rein zu schieben da ist er auch zu dumm für es war das da war was und daher was soll das warum ist da jetzt auf einmal der Treppe und jetzt nicht mehr da geht auf jeden Fall darunter wo wir hinwollen Moment mal wenn ich mich da drauf stellen dann geht das ach so das ein Trigger das hat das noch so gehen wir doch mal jetzt hin perfekt wie ist Awesome in Losing Rätsel ja okay nicht ganz Awesome aber egal ich bin Awesome in Losing Rätsel nicht da heute sonst ist alles wieder weg so ja scheiß drauf nur soo nach unten ooo perfekt Monster Bye Monster okay die muss ich jetzt nicht alle bekämpfen okay wo geh mal lang okay muss anscheinend doch hier ist auf jeden Fall was seltsames what the fuck ich wusste es ich wusste dass wir das da hinstellen müssen aber wieso wachsen die direkt wieder nach das gefällt mir nicht fuck ne das ist unmöglich hä es geht nicht achso die bleiben ne ficken es geht nicht wer und was soll das das geht nicht wir sind Felsblöcke hier kann man nicht machen ne 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 er ne ne schaust drauf es soll das gehen ich kapiere es nicht da hinten kommen wir doch eh nicht hin hä? da vorne ist irgendwas aber da kommen wir doch eh nicht hin erstmal müssen wir diese Felssteinwolke aus dem Weg rum geht das vielleicht mit den Bomben? mal testen nein falsch das steuerung ne geht nicht hä? ich verstehe dieses Spiel nicht jetzt hänge ich schon wieder fest äh genau das ist es das ist die Lösung nein so vielleicht doch nicht die Lösung doch muss hä? ne jetzt geht es nicht mehr weiter fuck dieses Rest ist so seltsam ich kann mir denn mal weiter das ist auch seltsam hä ne jetzt kann ich sie nicht schieben fuck ich verstehe es nicht lol hmmm ne weiter geht doch nicht hä? oh hä? ich kapier dieses Spiel nicht mehr ernst äh hä? 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 da drauf zu kriegen würde ich da nicht runterkommen das geht nicht da kann man nicht runter ich habe hier dieses Spiel ich habe schon wieder kein Bock mehr um wir machen hat ich würde sagen ich steppe die Aufnahme jeder Morgen und und ich musste dann halt wieder anrufen zu erweitert bis dahin wenn ich den richtigen Knopf wird und Bis zum nächsten Mal.